hi vier pins drei pokéminaten und ein opening was haben wir hier pins aber nicht eine nicht zwei es gibt reine nicht drei nein ach ja natürlich vier verschiedenen scoppel mord port panty frost die dünne so wir sind aber drei das heißt wir nehmen jetzt auseinander und teilen die booster auf ja eins und kaum mehr sagt sagt links rechts nebenbei das klug und ob dann nämlich ach so mich gute mischung okay weil du es bist bei den pins habe ich immer so keine ahnung was du da machst aber ja jetzt wie bei dir bei weg des jams war die folie komisch hier geht es wieder ja tatsächlich so die promo noch zur seite hier die schmutz hier ja gönnt euch gönnt euch das finde ich immer geil dass der code einfach offen darlegt so kam ja mir gesagt gute mischung ja dann drehen wir die hier oben ja ja schweiß so 12 so wo ich jetzt meine alten kartenschüler tricks hier auspacken oder ich fand die auch in den shop dann ja klar natürlich wir versuchen ich würde sagen nicht alle pins aber ein teil können wir rein machen ja das schauen wir dann wie man alles hinkriegen so ich mache jetzt eine so drei stapel und dann gedreht jeder sei ja ich habe nur einmal zu ja ja komm ich fange mal an das langweilig fang okay eigentlich hätte es sich so als angeboten abzuwiegen aber wir haben uns gedacht wir machen zu glänzendes schicksal kein abwiegevideo ja wir haben diskutiert darüber wir erwähnen es trotzdem öfters ihr müsst aufpassen weil man kann lose booster abwiegen und deswegen erhöht obacht beim booster einzelkauf also bei glänzendes schicksal wissen wir jetzt natürlich nicht ob es leicht oder schwer ist aber wir lassen bewusst sein weil mir niemand darauf hinweisen möchten richtig und ich sehe es durchschimmer ich ziehe die full arts aber die geilen gebt ihr mal ein sleeve ja soll ich noch eins aufmachen saustark ballouin ist mega glückwunsch an dieser stelle glückwunsch weil ballouin war auch einer unserer lieblings karten auf jeden fall die hat uns auch gefehlt wirst du die nicht ziehen? Daniel? Daniel ja tja schöne grüße an Daniel grüße gehen raus grüße gehen raus mein lieber starke karte wirklich ich glaube ich habe was aber ich bin mir nicht sicher am rand aufpassen wo holes hii das hasst aber nicht am ran das dopas citabad sch bosses der Sterne hier unten du musst argumentieren mach mal mach mal Machen wir ja ich rein mal hier ein den guten hit wenn die insider hier ausgepackt falls es jemand interessiert solche geschichten erzähle ich gerne in den live streams wenn ich mal eine runde pokémon gold spielt dazu müsst ihr aber die glocke abonniert haben damit er das mitbekommt weil wo macht das gerne mal spontan aber auch nice ich glaube nicht klar ja genau da können wir jetzt den ganzen scheinen so mit aufmachen aber pull rate ist eigentlich ganz gut haben wir schon alle 122 vom sv was ist ein sv shiny world verein das habt ihr nicht gewusst jetzt weil jetzt etwas beleidigt was ich ertragen muss so und was 9 mal kluges gelaber kriegst du keinen hit klugscheißer mag nie mit dem hund darauf hätte ich jetzt getippt ok stefan mit ph aber ich kann mich nicht konzentrieren wenn ich lachen muss drei manche immer mit ph wir fahren wir müssen gehen an judokus raus Dura Nudon Dura Nudon auch nice one los kevin du bist dran läuft ja wie geschnitten Brot hier ne we 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 make it seem like we feel the same we love we 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 can't why do it doesn't go give up let it go oh we full art drei shinys schon ich würd sagen reicht ne shiny serie hab ich übrigens jetzt grad feier nur so am rande aber weißt du was kannst du nix von kaufen aber ist gut wenn du ne glücksschrin hast dann ist das chlor auch nicht mehr weit entfernt ja immer dieses böse wort yes jimpep und silvaro als holo hinterher nice try silvaro ja was heißt denn das unwort ne also unwort des jahres bei verborgenem schicksal haben wir ja auch sehr 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 viel geöffnet und haben keinen shiny glor gezogen leider nicht nicht der einzige schimmernde klurak kam bei weg des champs ja leider geil da konnten wir noch nicht streamen ne vielleicht haben wir glück und schaffen es bei einem stream ne das wäre natürlich mega ja vor allem wären das 40 euro skoppel und so gehts grad weiter gibst du mir bruder bitteschön gönnen die pins gönnen heute weißt du das G bei pokeminati steht für gönnen ja das G bei pokeminati ja natürlich klar es macht alles sinn was du sagst ja habt ihr schon ein code gegönnt soll ich oder ja am anfang habe ich doch der erste achso start okay aber dann nicht mehr ne ne danach markiere ich ja am anfang ein code gönnen und dann ich denkst du nicht dass man so ein code nochmal für einen euro vertikern kann du musst mal kalkulieren was da hängen bleibt ne oh shit das war natürlich nicht sowas nein war mir nicht oh series gerissen serie ist gerissen oh oh sorry dude ahja ahja mhm ja zufass kaum auffällig hier ja ich weiß doch ja ich weiß doch du alter hexenmeister ich hab doch gesagt meine kartenskills muss ich auspacken ja hier sind sie drei klorak booster hingezaubert für den schluss ne damit es interessant wird oder kritisch yes man läuft er läuft und komm brudi ah immer ne holo bei mir her puh aber dass die karten so raus sind ne da unten auch das ist echt wahnsinn oh oh letzte runde neu die sind es so dunkel es könnte nicht sein dann schimmerts durch oder wa ja glaubt ihr nicht dran oder was last pack magic und so konzentrier dich jetzt ich glaube an das herz der karten ich glaube da ist da kommt was gibt es doch gar nicht oder du hast jetzt überall was rausgezogen also was ja ich glaube aber eine hatte ich nicht einmal war war ich glaube ich was haben wir denn zwölf booster haben wir gehabt und acht bis jetzt hier ist neun und zehn noch ohne sind noch holos dabei gewesen ja 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 zwei holos lauschen oder drei sogar guck mal smogmog ja smogmog auf jeden fall und unter den promos lauschen bis jetzt baldoin ist halt ein mega hit meiner meinung natürlich die shine ist auch geil aber baldoin ist hat gefehlt auf jeden fall so gut gemacht genauso gut das ist noch besser ausgepackt mein lieber ja ja dann habe ich vorausgesagt zehn habe ich auch gesagt jetzt bin ich schon der zugzwang herr karten nummer 107 wer lorak darauf aber nicht dass du hier das setup zusammenreißt dann ich muss aufpassen wohin ich mich freue weil links und rechts leute von mir das gibt es ja das ist ja unfassbar war wie viele hits wir hatten nur zwölf booster ja passt doch mega mega ist sehen jetzt sehen aus zwölf fußt dann ja auch eine andere scheinlich sein können noch mal zwei holos also top rate was sagt ihr dazu mega geil so wir danken euch für das zusehen wir sehen uns beim nächsten video macht's gut tschaao here we go where we go again trying hard but you want to be my friend in a place to hide in a one who run to here we go where we go again call my bluff i'ma be here till the end wir kriegen wir sehen wir wir sehen uns beim nächsten mal wir sehen uns beim nächsten mal